Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Plaking. Heute wollen wir mal die Welt mit dem Neurax-Wurm verpesten. Ups, wo habe ich es denn? Was mache ich hier? Ah, da. Mit einem manipuliver... manipul... blablabla... manipuli. Mit einem manipulativen Organismus, der sich im Gehirn festsetzt und Menschen dazu zwingt, Dinge zu tun, die sie gar nicht tun wollen, aber die der Wurm gern tun möchte. Wir spielen mal wieder auf normal und das Ganze nennen wir... Was ist denn ein guter Name für einen Wurm? Ich kenne mich jetzt nicht so aus mit Würmern und ihren Vorlieben. Nennen wir den doch einfach mal... Gregor. Gregor, das garstige Gehirngeziefer. So nennen wir den. Ich denke, das passt ganz gut. Ähm, was hatten wir hier denn? Genau, spezielle Boni und so weiter. Was hatten wir denn da? Zerplatzen blauer Heilmittelblasen bringt DNS. Das ist eigentlich ganz gut. Was war das? Das war Heimvorteil. Höhere Anstellungsgefahr im Staatland. Was hatten wir noch? Bonus DNS bei Rückentwicklung. Schwerer zu heilen und ein Bonus auf generell alle Territorien. Alle... Alle Terrasse, alle Gebiete, ob trocken oder feucht oder sonst was. Ähm, ist gar nicht so schlecht eigentlich. Gute Dinge sollen wir eigentlich ändern. Lassen wir das doch einfach mal so. Gut. Sehr schön. Wo fangen wir denn an? Wo wollen wir denn unseren Wurm reinstecken? Wir stecken unseren Wurm in... Na, eine Mene Muu und raus bist... Du! Da, nein. Äh, kommt schon. Indien. So. Indien hat's getroffen. So. Indien hat heute einen schlechten Tag. In Indien ist heute einfach der Wurm drin. Gregor hat den ersten Menschen infiziert. Yay. Sehr schön. Okay. Können wir uns schon irgendwas leisten? Ah, da ist er ja. Der Gregor macht sich da gemütlich im schönen, warmen Gehirn. Der lässt sich gut gehen. Ach, wir können tatsächlich schon was machen. Wir haben drei DNS und wir können schon etwas tun damit. Genetischer Austausch. Würmer können sich... Können genetisches Material im Körper des Wurts austauschen. Erhöhte Mutationschance. Ich glaube, das wollen wir eigentlich gar nicht. Ich will mit dem Wurm ja auch eher wieder unter Radar bleiben. Also wollen wir eigentlich nicht, dass er sich jetzt so... Stark mutatatiert. Mutiert. Und so. Der Neuraxwurm legt Eier, die zu Tausenden über das Gehirn des Wurts abgegeben werden. Lecker. Erhöhte Ansteckungsgefahr. Das hört sich nicht schlecht an. Ziehharmonika-Bewegung. Manche Körperteile greifen, während andere ziehen, schieben. Ermöglicht schnelle Fortbewegung außerhalb von Würten. Erhöht Ansteckungsgefahr. Wie viel erhöht das denn nun? Mal sehen hier unten. Das scheint eigentlich beides gleich wenig zu tun. Ähm. Nehmen wir doch ruhig mal die Eier. So. Lecker Eier im Gehirn. Oh, wir können noch mehr machen. Neuraler Durchbruch. Durchdringe die Blut-Hirn-Barriere, um Zugriff auf das Gehirn des Wurts zu halten. Okay, also damit können wir Kontrolle erlangen über das Gehirn des Wurts langsam. Ich glaube, das wollen wir noch gar nicht. Ich glaube, ich werde mich erstmal ein bisschen ausbreiten. Gregor breitet sich erstmal ein bisschen aus. Und sobald wir so ein paar Menschen infiziert haben, können wir dann anfangen, die Kontrolle über diese Menschen zu übernehmen. Im Moment haben wir ja nur einen Menschen. Gregor ist ein Neurax-Wurm, der seit Jahrtausenden unentdeckt geblieben ist. Nachdem Menschen seinen natürlichen Lebensraum betreten haben, breitet er sich aus. Okay. Oh, jetzt haben wir schon zwei Menschen. Das geht nicht sonderlich schnell voran. Ich glaube, da können wir gleich mal ein bisschen vorspulen. Mal gucken. Also im Gegensatz zu dem, was wir vorher so gespielt haben mit Viren und Bakterien, breiten sich Würmer eigentlich relativ langsam aus. Aber dafür ist es meines Wissens etwas schwerer. Also die Schwere der Krankheit kann höher sein, glaube ich. Vielleicht irre ich mich auch. Vielleicht labere ich hier auch nur wieder Mist. Ja, die Entscheidung um die Verschiebung der Olympischen Spiele in London bleibt ein Rätsel. Laut Organisatorin sei es bald soweit. Bisher wurden keine Gründe genannt. Okay, also die verschieben einfach mal die Olympischen Spiele. Wenn die uns mal nicht schon entdeckt haben. Gregor breitet sich aus. Ja, zum Neurax-Wurm. Im Gegensatz zu Viren und so weiter geht es außerdem nicht darum, Menschen zu töten hauptsächlich. Sondern vielmehr darum, viele Menschen unter seine Kontrolle zu bringen. Also möglichst viele infizieren und dann dafür zu sorgen, dass sie tun, was wir wollen. Das hat recht witzige Auswirkungen dann am Ende. Ja, wir wollen jedenfalls, dass möglichst wenige Leute sterben. Das heißt, das mit der Mutation wäre dann wohl auch nicht so toll. Da sollten wir uns zurückhalten. Was haben wir hier noch? Was bringt denn ordentlich was? Ich glaube, ich nehme einfach mal die Verbreitung über Vögel. Das ist eigentlich immer ganz gut. Verbreiten sie sich eigentlich immer recht schnell drüber. Wir haben wohl schon 57 dran. Oh Gott, jetzt geht es aber ab hier. Jetzt legt Gregor aber los. Zerplatze zufällig auftauchen orangene DNS-Blasen. Gerne doch. Für etwas schmackhafte DNS. Was können wir noch machen? Noch mehr Eier. Nehmen wir mal ruhig noch die Bewegung. Stimmt auch nicht schlecht. Mal sehen. Wann fangen wir an, Kontrolle zu übernehmen? Hm. Ich glaube, wir versuchen erstmal möglichst viele anzustecken. Vielleicht, wenn wir so 500 erreicht haben, können wir langsam damit anfangen. 100 infiziert. Okay, 800. Ja, ich glaube, jetzt können wir doch langsam damit anfangen. Okay. Gut. Kontrolle. Ergreife Kontrolle. Entstehung von Fortsetzen im cerebralen Hohlraum. Wurmsystem beginnt. Ermöglicht verstärkte Kontrolle über das Gehirn des Wurts. Gerne doch. Was können wir denn alles damit machen jetzt? Bewusste Denkvorgänge können wir beeinflussen. Oder reduziert allergische Reaktionen auf den Wurm. Ist auch nicht schlecht. Dann fällt es vielleicht ein bisschen weniger auch auf. Jetzt hier auch das schöne Bild aktualisiert. Der Gregor fährt seine Schläuche aus und steckt sie in das Gehirn. Lecker, lecker. Okay. Schön. Unser Gregor breitet sie aus. Das ist doch schön. Wir haben aber noch kein anderes Land bisher. Ich glaube, wenn wir China erreichen, könnte sich das ziemlich schnell ausbreiten. In China geht das eigentlich immer ziemlich schnell. Das wäre also nicht schlecht. Oh, wir haben China. Tatsächlich. Sehr schön. Brav, Gregor. Gut gemacht. Okay, in Indien haben wir tausend infiziert. Was können wir denn noch machen? Wir können noch mehr auf Bewegung gehen. Wellenförmige Bewegung. Mehr Eier. Oder Insekten. Gehen wir ruhig mal auf die wellenförmige Bewegung. Dann kommen wir als nächstes natürlich auch ins Wasser und in die Luft. Was können wir hier noch machen? Massensynthese der Neurotransmitter. Und Y-Aminobuttersäure führt zu deutlich weniger Angstgefühlen im Wirt. Mindert Reaktionsheftigkeit. Klingt nicht schlecht. Nehmen wir das doch mal. Was haben wir hier noch? Persönlichkeitsveränderung. Klingt alles nett. Hat man schon irgendwas gehört hier aus Indien? Brasilien entwickelt neuen Flugzeugträger. Das ist ja noch nicht wirklich irgendwas, was uns jetzt richtig helfen könnte. Luftübertragung klingt nicht schlecht. Was haben wir hier? Verwirrung. Gehen wir doch ruhig mal hier rauf. Was können wir denn damit noch freisetzen? Unreife können wir damit demnächst machen. Veränderte Hormonproduktionen für Zurückgang in Reifeentwicklung. Niedrigere Hygienestandards erhöhen Infektionschance. Das heißt, die, die das dann abkriegen, durchleben dann auf einmal eine zweite Pubertät oder was? Klingt interessant. Fortsätze erhöhen Hirndruck. Führt zu Fieber und stört Wirt-Prioritäten sowie Entscheidungsvermögen. Klingt auch gut. Vielleicht können wir es ja irgendwie hinbekommen, dass Indien sich einfach mal überlegt, in irgendein Land einzumarschieren oder so. Das wäre doch bestimmt auch ganz nett. Ah, wir sind in Großbritannien angelangt. Pünktlich zu den Olympischen Spielen. Das ist schön. Mal sehen, ob das irgendwelche Auswirkungen haben wird. Jetzt geht's ab hier. Jetzt geht's aber ab. Sehr schön. Okay, wie können wir das Ganze noch beschleunigen? Unreife klingt nicht schlecht. Aber Luft- und Wasserübertrauung klingt noch um einiges besser. Oh, Trojanische Flieger. Manipulation der Dopamintransporter führt zu einer Form von ADHS. Die Wirt dazu ermutigt, in ein Zielland zu reisen. Das klingt gut. Das heißt, wir können sie jetzt zwingen, einfach mal in irgendwelche Länder zu reisen. Das ist natürlich praktisch. Das heißt, wir können jetzt demnächst sogar steuern, wohin sich das Ganze ausbreiten soll. Acht Millionen in Indien, neun Millionen, oh Gott. Ansteckend als Tuberkulose. Also in Indien geht's richtig ab. Sobald der Wurm erstmal ein bisschen Fuß gefasst hat in einem Land, dann geht's auch richtig schnell. Nur am Anfang ist es immer etwas lahm, sieht man auch hier im Vereinigten Königreich. Ah, jetzt kommen unsere Trojanischen Flieger. Schön, so, wo wollen wir denn mal hin? Gehen wir doch mal nach Afrika, da kann man sich doch so schön ausbreiten. Afrika mag doch bestimmt Würmer. Gehen wir nach Westafrika. Mehr Menschen infiziert als HIV. So, habt ihr ein paar Würmer, Afrika. Viel Spaß damit. Was können wir sonst noch machen? Nicht viel im Moment. Doch, wir können unsere Trojanischen Flieger weiterentwickeln. Hier habe ich doch gerade ein Schiff gesehen. Ah ja, Ägypten hat's auch. Indien ist bald vollständig infiziert. Das geht ja ziemlich schnell. Verdammt schnell. Afghanistan. Ähm. Mal sehen. Arzneimittelresistenz wäre nicht schlecht, aber dafür brauchen wir erstmal 13. Nein, sie haben Gregor gefunden. Nein. Gregor, versteck dich. So, ein bisschen Arzneimittelresistenz. Was können wir denn machen, damit die sich nicht so aufregen über Gregor? Psychose vielleicht. Irgendwas, was dazu führt, dass sie den Wurm mögen. Lieben sogar. Weiß nicht, vielleicht gehen wir mal auf Unreife. Das hört sich nicht schlecht an. Ein bisschen Unreife. Wo können wir denn jetzt noch hin? Gehen wir doch mal nach Brasilien. Sehr schön. Oh. Trotz Gregor werden die Olympischen Spiele bald beginnen, werden Besucher die Krankheit nach Großbritannien bringen. Das haben sie schon. Das haben sie schon. Das ist jetzt ein bisschen zu spät. So, nehmen wir doch mal die Unreife. Klingt gut. Manie kommt dann als nächste. Starke Serotoninproduktion ausgelöst. Manische Episoden führen zu erhöhtem Kontakt mit anderen und die Unfähigkeit, sich zu konzentrieren. Unfähigkeit, sich zu konzentrieren, klingt gut, weil sie dann wahrscheinlich nicht mehr in der Lage sind, das Heilmittel vernünftig zu erforschen. Nehmen wir ruhig nochmal die Psychose. Erleichtert die Anpassung an den Wurm. Gut. Anbetung. Sehr schön. Testosteron und Östrogenschübel steuern die Emotionen ins Würzeln und schaffen ein Verlangen, die Infektion zu verbreiten. Schön. Liebt den Wurm. Vergöttert den Wurm. Der Wurm ist euer Herr und Meister. Ja. Gut. Indien trägt als erstes Land den ersten... Nein. Was tust du, Indien? Was ist mit dir los? Aber in Indien sind alle infiziert. Und Indien ist das einzige Land, das forscht. Das heißt, wenn wir in Indien die Leute unter unsere Kontrolle begre... Was? Unter unsere Kontrolle bekommen. So, das wollte ich sagen. Dann können wir sie vielleicht davon aufhalten. Abhalten. Davon abhalten zu forschen. Ich glaube, ich habe auch so einen Gregor irgendwo. Der hindert mich gerade daran, vernünftig zu reden. Ähm. Gregor, was tust du denn? Ich helfe dir doch hier. Ist doch wie Propaganda. Ich zeige allen Leuten, wie toll du bist auf YouTubes. Dann wollen sie auch alle dich haben. Gregor ist die einzige Wahrheit. Nur Gregor kann euch helfen, die Erleuchtung zu erlangen. Erhöhte Ansteckungsgefahr. Klingt nicht schlecht. Können wir nicht hier noch irgendwas machen? Ich hätte gerne die Anbetung. Sparen wir doch mal auf Anbetung. Was haben wir jetzt hier in Libyen haben wir noch? Oh, ich glaube, jetzt können wir... Oh. Das sammle ich auch noch auf. Jetzt können wir, glaube ich, schon auf Anbetung. Nein, können wir nicht. Wir brauchen 18. Verdammt. Ich dachte, wir hätten schon 18. Jetzt haben wir 18. Ist das Russland? Haben wir Russland? Ne. Oh, wo gehen wir hier mit hin? Moment. Warte doch mal, Gregor. Sei doch nicht so schnell. In die USA will ich noch. Da fällt mir ein Grönland. Ich habe Grönland vergessen. Verdammt. Ich habe Grönland vergessen. Oh, da muss ich diesmal echt drauf aufpassen. Wir müssen umgehend Grönland infizieren. Da führt nichts drumherum. Sofort Kälteresistenz. Das hat Vorrang. Tut mir leid. Ich weiß, ich wollte hier eigentlich auf Anbetung. Oh Gott, Gregor. Du hast dich aber gehen lassen. Mensch, 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 Mensch. Frisst hier die ganzen Gehirnwellen auf. Nee, nee, nee. Der Gregor. Der muss aber mal auf seine Talie aufpassen. Menschen, die mit Gregor infiziert sind, reisten nach London und haben ihre Krankheit verbreitet. Das hätte nie passieren dürfen. So. Wahrnehmungsverschiebung. Fortsätze erhöhen Hirndruck. Führt zu Fieber und stört Wirt. Prioritäten sowie Entscheidungsvermögen. Ähm. Nee, ich will erst auf Anbetung. So, in den USA geht es auch voran. Sehr schön. Wie sieht es denn mit der Forschung aus? Noch sind wir bei 0%. Wer forscht denn daran? Indien. Indien scheint auf jeden Fall nicht sonderlich schnell voranzukommen. Das ist schon mal schön. Ähm. Wir müssen dringend Grönland infizieren. Mit den nächsten Trojanern, die wir bekommen. Auf nach Grönland. Wissenschaftler glauben, Gregor sei nicht besorgnitzerregend. Obwohl unangenehm scheint es bei Menschen keine Symptome mehr vorzurufen und könne leicht geheilt werden. Hö, hö, hö. Das werdet ihr noch sehen. Oder hoffentlich nicht sehen. Oh, in China geht jetzt die Post ab. So, ihr geht nach Grönland. Grönland kriegt's jetzt. Da müssen wir drauf aufpassen diesmal. Grönland darf nicht davon kommen. Gregor hat mehr Menschen auf der Welt infiziert als die gewöhnliche Grippe. Schön. Gut gemacht, Gregor. So, jetzt nehmen wir aber die Anbetung. Was haben wir dann danach? Hingabe. Dopamin- und Serotoninschübel veranlassen den Wirt ständig an Würmer zu denken. Löst intensiven Freudenrausch aus. Gut, das brauchen wir auch. Ja, betet den Wurm an. Gregor ist die einzige wahre Erlösung. Nur Gregor. Gregor ist die einzige Wahrheit. Oh, geil. Ah, was haben wir denn hier? Transzendenz. Eine Überdosis Oxytocin und Vasopressin zwingt wird in Zustand der Anbetung. Akzeptanz. Der Neurax-Würmer wird als unsterblicher Gott angesehen. Das brauchen wir. Oh Gott, das brauchen wir unbedingt. 38 DNS brauchen wir dafür. Schwere Schäden am orbitofrontalen Kortex lösen Zwangsstörungen aus. Der Wirt ist von spezifischen Tätigkeiten mit Würmern besessen. Das ist genial. Wir brauchen Transzendenz. Wir müssen den Gregor-Kult gründen. Das ist wichtig. Wir müssen den Gregor-Kult gründen. Wir müssen den Gregor-Kult gründen. Wir müssen den 받아 YOn. Wir müssen den Weg. Untertitelung des ZDF, 2020